Hallo und herzlich willkommen bei Alfons Zeileis. Mein Name ist Johanna Nägelsbach. Ich bin die Großnüchte des Malers Alfons Zeileis. Wir schreiben das Jahr 1924. Alfons Zeileis lebt nun mit seiner Familie in Neustadt an der Weinstraße, damals noch Neustadt an der Hart genannt. Wusstet ihr, dass damals nicht nur Frauen und Mädchen, sondern auch kleine Brüden Kleidchen trugen? Wer das im Umfeld der Familie von Alfons Zeileis war und wie das aussah, das erfahrt ihr in diesem Video. 1924 ist Anneliese, die Tochter von Alfons und Elisabeth Zeileis, zwei Jahre alt. Ihr Cousin Wilhelm, Sohn der Schwester von Elisabeth, mit dem Anneliese zusammen aufwachsen wird, ist öfter zu Besuch. Auf diesem Bild seht ihr kein Mädchen, sondern den kleinen Wilhelm. 1921 war es noch vielfach üblich, dass kleine Buben ein Kleidchen trugen. Wilhelms Schwester Liesel, welche ebenfalls ein sehr enges Verhältnis zur Familie Zeileis hat, ist 1908 geboren und wird 1922 am Wohnort der Familie Nägelsbach in Ansbach konfirmiert. Sie geht auf das Theresieninstitut in Ansbach, welches damals eine höhere Mädchenschule ist, die damals allerdings noch nicht zum Abitur führt. Das wird erst ab dem Schuljahr 1924-25 möglich sein. Am 9.04.1924 ist allerdings Diesels Schulentlassungstag, nach dem Abschluss der 10. Klasse, welchen sie als Absolutorium bezeichnet. Das entspricht in etwa dem heutigen Realschulabschluss. Wie viele junge Frauen geht sie nun den einzig möglichen Weg einer höheren Bildung, nämlich ans Lehrerinnen-Seminar und zwar in Neuendettelsau. Verliebt ist Liesel auch, nämlich in Karl Dörfler, der ihr Freund, Verehrer und späterer Tanzstundenherr ist. Mit 16 Jahren war es damals ganz normal und gesellschaftlich akzeptiert, einen Freund zu haben. Karl Dörfler schließt 1924 das Gymnasium nach zwölf Jahren Schule mit Abitur ab. Er ist circa zwei Jahre älter als Liesel. Auf dem Abiturientenbild ist er der Linke der drei sogenannten Scharschen. Auch Gymnasialschüler wurden damals als Studenten bezeichnet und hatten Zugang zu Studentenverbindungen. Karl Dörfler hat in seiner Studentenverbindung damals ganz offensichtlich ein als Scharsche bezeichnetes Führungsamt inne. Die Familie Zeileis lebt in der Sauterstraße in Neustadt an der Weinstraße im Haus der Familie Schweigle. Wohnungseigentum gab es damals noch nicht. Nur ganze Häuser, in welchen vom Eigentümer einzelne Wohnungen vermietet wurden. Die Beziehung ist eng und freundschaftlich. Walter Schweigle mit Schwester Else und Anneliese Zeileis sitzen hier gemeinsam vor dem Weihnachtsbaum. Die Familie Zeileis ist in Neustadt angekommen. Gleichzeitig hat die Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Kunst Fahrt aufgenommen. Bis 1924 entstehen nur wenige Bilder, wie zum Beispiel dieses Bild der Blick über Neustadt. Alfons Zeileis steht 1924 am Anfang einer kurzen, jedoch sehr intensiven Schaffensperiode, in welcher er sich innerhalb der Pfälzer Künstlerschaft etablieren und an seiner vor dem Ersten Weltkrieg begonnenen Karriere als Künstler anknüpfen wird. Ihr erinnert euch? Noch kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs hatte Alfons Zeileis begonnen, im Umfeld des Blauen Reiters auszustellen. Vielen Dank, dass ihr euch mit mir zusammen einige Sitten und Gebräuche im Umfeld der Zeileis-Familie im Jahr 1924 angesehen habt. Im Jahr 1925 geht's richtig los. Alfons Zeileis wird künstlerisch loslegen. Wie das aussieht, das erfahrt ihr im nächsten Video.